Frische Ideen, Erfolgsgeschichten und große Visionen. Acht Startups aus dem Portfolio von Greentech Ventures präsentieren ihre innovativen Lösungen und Technologien den Mitarbeitern der Salzburg AG. Man sieht hier auch immer im Haus oft nur die Namen, die Firmen, aber es geht ganz, ganz stark um die Personen, um die Gründerinnen, um die Gründer und um die Teams, die hinter diesen Firmen stehen, weil die machen das Ganze nämlich zum Erfolg. Die Palette ist bunt. Alle Startups haben aber ein Ziel, die Energiewende schaffen. One to Zero, eine 100%-Tochter der Salzburger AG, berät und begleitet etwa Unternehmen bei der Umsetzung von Energielösungen, von der Planung bis zur Errichtung. Das heißt, wo können die Unternehmen ansetzen, ihre Energielösungen zu verbessern und eben sie auf dieser Reise der Klimaneutralität mit zu begleiten. Und das mit großem Erfolg. Dem misst das junge Unternehmen aber nicht in Euro, sondern in eingesparten Tonnen CO2. Und das treibt das Team an. Die Klima- und Energiewende, die passiert nicht durch Zuschauen, sondern müssen hier aktiv angreifen. Wir wollen die Unternehmen da pushen. Und daher ist das eher ein Ziel aus Leidenschaft, dass wir groß werden müssen. Reisenbauer wiederum unterstützt andere mit Software, die Energieverbrauch, etwa bei Ladestationen und Energieproduktion aufeinander abstimmt. Also wir wollen Lösungen für Gebäude anbieten, also 360-Grad-Lösungen, wo wir eben die Energie managen, Effizienz steigern, aber nicht beim Gebäude aufhören, sondern auch für Energiegemeinschaften. Das heißt, wir wollen auch Überschuss in der Gemeinschaft, Energiegemeinschaft, dann in der Gemeinschaft verbrauchen. Und Alveri hat sich ganz dem Thema Elektromobilität verschrieben. Alveri ist mit der Vision gegründet worden, die Mobilität der Zukunft nachhaltiger, sicherer, einfacher und vor allem leistbar für alle zu machen. Eine App etwa analysiert das Fahrverhalten von Autofahrern, auch um den Leuten die Angst vor E-Mobilität zu nehmen. Alveri arbeitet aber auch an innovativen Ladelösungen, etwa einem Laderoboter. Viele neue Ideen entstehen dabei im Gespräch mit anderen kreativen Köpfen. Eben auch hier beim Portfolioforum. Weil eben genau dieser Ausstatt stattfindet, der so, so wesentlich und wichtig ist für Innovation und für Neues. Und genau sowas entsteht hier in Gesprächen, in verschiedenen Gesprächen, gemeinsam mit den Kollegen von der Salzburger G, aber auch mit den Kolleginnen und Kollegen von den anderen Beteiligungen. Dass man wirklich gemeinsam vielleicht an Ideen arbeitet, der ein oder andere sich auch traut, aus dem Unternehmen diese Idee auch kundzutun, vielleicht mit jemandem anderen zusammenkommt, über diese Idee spricht und so diese Pflänzchen einmal zu gedeihen beginnen. Aus den Gesprächen entstehen neue Ideen, aus Fragen entstehen neue Ideen. Und wir schauen, dass wir diese Ideen dann umsetzen können in die Praxis und sie auf die Straße bringen. Um damit am Weg zur Klima- und Energiewende wieder einen Schritt weiterzukommen.